Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Limbo. Ich habe es möglicherweise herausgefunden. Dieses Geklackern, was man im Hintergrund hört, ist die Fall, die runtergefahren ist. Ja, da hätte man auch drauf kommen können, aber gut. Weiter geht's. Ich hoffe, wir schaffen das irgendwie so jetzt vorbei an dieser Spinne. Autsch. Okay, eins. Fuck, da war sie zu schnell. Doof, doof, doof. Aber schön die Spinnearme abhauen. Auch wenn wir sie wahrscheinlich damit verärgern und sie uns ziemlich passen wird. Zwei. Und drei. Bye-bye Spider-Man. Das war's. Ich glaube, die wird uns gleich verfolgen. Und nicht auf die schöne Art und Weise. Wo sind wir hier bitte? Oh no. Wieso? Da ist du so langsam. No. 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 Please. Please. Don't. Komm schon. Sie kommt. Ich hasse spinnen. Ich hasse spinnen. Äh. So hässlich. Komm schneller. Bitte. 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 Komm gleich wieder. Komm. Wie kann wir hier raus? Wie können wir hier raus? Press this. Okay. Das Spiel stellt mich vor viele Rätsel und das schon am Anfang. Ich kann ja nichts machen, außer mich zu bewegen. Okay, man könnte weiterspringen, wie es mir scheint. Sorry, dass ich da gerade tausendmal sterbe. Okay, ganz vorsichtig. So. Wie kommen wir aus diesen Spinnfäden raus? Lauf, lauf, lauf! Äh, okay. Wenn wir nur hüpfen können, ist das ein bisschen schwierig. Nee, sie kommt schon wieder. Ich hasse Spinnen. Los, schneller. Spiel doch mit uns. Junge, Junge, Junge. Steh auf. Steh auf. Bitte sei nicht tot. Los, lauf! Einander leben. Komm schon. No! Hä? Holy shit! Hier sollte man, glaube ich, nicht runterfallen. Warte. Wie soll ich da rauskommen? Okay, doch. Das Spiel ist fies. Ich dachte, das wäre einfach so ein düsteres Jump-Run-Spiel. Aber da steht man einfach die ganze Zeit und bringt einen Jungen um. Und das nicht gerade auf die schöne Art und Weise. No! Oh, shit. Muss ich da einen Death-Counter einbauen, oder wie sieht's aus? Hä? Okay. Fuck. Fuck. Man sollte einfach hüpfen. Junge! Das kann es doch nicht sein. Das Spiel mobbt mich. Vor allem, wo soll man hinhüpfen? Okay, da. Nach drüben. Hä? Okay, das geht auch nicht. Ich check's nicht. Okay, so. Doch nicht so. Man glaubt, man hat's geschafft. Dann kommt doch wieder irgendwas Fieses. Ich sehe schon, die Entwickler haben da... ...sehr viel Freude daran gehabt. Fieseserfahnen einzubauen. Was passiert gleich? Ist das wieder eine Spinne? Was passiert? Oh. Oh, no, 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 no. Knapp! Wie knapp das war! Holy shit. Mies von euch Leute, mies. Los, schnell hinterher. wieso wollen die uns jetzt auch noch umbringen ja es war klar ich habe es gesehen aber ich dachte eigentlich die würde nicht mehr auslösen ah ok hä soll ich das denn schaffen ok ja genau sind einfach zwei fallen ey come on das spiel ist so fies das geht auch nicht voll mit dem Arsch rein ne man muss hin und rechts links so links rechts come on das war knapp ja die fällt einfach ab ey ist das mies ich hasse es wenn man an einer stelle hängt sobald sie weg ist muss ich hinterher laufen wie es mir scheint ok so fies überall leichen das ganze land ist mit leichen gesät oh shit ich hätte das ding ins Wasser werfen sollen ah gut ich würde sagen das war's für die heutige Folge von Limbo vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal